Hey, und sie benutzen jetzt die Treppe, oder? Ja, er benutzt die Treppe. Gut. Machst du fein. Du doch nicht. Ah, hier liegt Zeug oben, was Dymar Soft mich aufräumt. Passt. Gut. Oh, das hier sieht jetzt langsam sauber aus. Oh, das hier ist ja. Oh, das ist ja. Na gut, wir haben noch ein gutes Stück bis zu... Bis zum nächsten Mal. Sie laufen aber immer noch kreuz und quer. Die Treppe ist ihnen echt nicht gut genug. Sie laufen wirklich auch einmal außen rum. Genau, benutzt die Treppe wie normale Brickthorns. Man lauft nicht einmal quer über die Map, so wie die da. Ich meine, da ist es sogar schlauer, den Weg hier zu nehmen. Ich meine, da ist es nicht gut genug. Und jetzt tun wir mal wieder die Mannkraft beim Quarry erhöhen. Damit der schneller abgebaut wird, erstens. Und zweitens, dass Schletten etwas langsamer vonstatten geht, weil wir brauchen jetzt Steine. Hoffentlich fällst du dir auf den Kopf. Nein, tut's nicht. Da, guck, der nimmt die Treppe. Kannst du auch wie ein normaler Brickthorn die Treppe nehmen? Ja, kannst du. Guck mal. Kannst du die Treppe nehmen? Nein, du kannst die Treppe nicht nehmen und du scheinbar auch nicht. Die ist direkt vor eurer Nase. Geht von uns würden entweder sauprofitable oder sauschlechte Taxifahrer abgeben. Wahrscheinlich beides in Kombination. Sie bringen dich an dein Ziel, aber sie fahren dabei eine halbe Stunde länger als nötig. Aber gut. Wichtig ist, sie tragen den Berg ab. Und wir kriegen unsere Steine. Wenn man sich überlegt, den Teil haben wir schon abgetragen von diesem Berg hier. Wir haben immer noch ein Stück, was von dem anderen Berg auf dem Berg war. Wobei, das hier ist eher ein Plateau als ein Berg. Ja, das stimmt. Das hier ist eher ein Berg oder das hier oder das hier. Also, wir haben noch ein Stück, wo der Berg auf dem Plateau stand. Oh ja, der Berg hier hinten. Der Berg hier hinten auch noch. Weil, wenn wir uns da so drauf arbeiten... Ja. Genau, Kong. So, sammeln wir mal den Stein da unten auf. Das war jetzt das erste Loch, glaube ich, was sie hier unten reingehauen haben. Ansonsten sehe ich nämlich noch keins. Vor allem an der komischsten Stelle. So. 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 Und es wird wieder stockdunkel. Aber zum Glück muss ich mich jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Ecken, Kanten oder so herumschlagen. Das ist ja aufgefüllt jetzt. Tja, wenn wir mal etwas höher gehen, muss das Ganze so anziehen. Es wird immer flacher. Wobei jetzt bei Dunkelheit eine schlechte Idee ist. Komm Kamera, resettet dich. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, die haben wir jetzt hier fertig, gut Dann auf zunächst Und ja, weit haben wir es nicht mehr Das heißt, wir müssen da ein bisschen improvisieren Und ja, weit haben wir es nicht mehr Hey, sag bloß du... Nein Du läufst natürlich wieder außen rum Dann bleibst du mal kurz stehen und überlegst Ach ja Dann bleibst du mal kurz 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 300, also für 30 Blöcke haben wir noch Dann wird es... Okay, du nimmst die Treppe runter Das ist ja gut Dann bleibst du mal kurz 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 Und das ist ja gut Dann bleibst du mal kurz Dann bleibst du mal kurz Dann bleibst du mal kurz Leuchten im Wasser. Hier füllen sie auch wieder komplett durcheinander. Das sieht sehr interessant aus. Das sieht gar nicht aus. Ich habe jetzt den Wind, hier ist es Eindig! Ich habe den Wind und die Wind und das Wasser die Wind. Ich werde den Wind und die Wind. Wenn diese Wind dann noch nichtən. Das ist jedes Wind. Ich habe den Wind. Ich habe den Wind. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.